Hallo, ich bin Jelle Hase und in PET spreche ich die kleine Zwergspitzdame Gidget. Wiedersehen, Gidget. Gidget ist eine sehr aufgedrehte, kleine, aufgeweckte, sehr liebe Hündin, die das Herz am richtigen Fleck hat. Hallo Max, wer ist der neuer Mitbewohner? Den sind wir bald wieder los. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Gidget. Wo ist mit? Was? Ich... Oh.